Okay, wir sind wieder zurück in Stardew Valley, in Jahr 3. Ich habe gerade festgestellt, dass ich gar nicht In-Game-Sound und Musik angemacht hatte, deswegen bin ich schon mal ein paar Schritte gegangen. Das hier ist der Punkt, wo ich in meinem 1.3-Playthrough damals aufgehört habe, weil nach der perfekten Grandpa-Rating gab es halt nichts mehr zu tun. So, die Geister sind sehr glücklich. Leben vom Land. Okay, wir haben heute erstmal zu tun. Ach genau, wir kriegen die Statue. Wir sehen halt leider nicht wirklich den Schrein. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht müssen wir mal zwei von den Bäumen da wegmachen. Kaffeesucht. So, heute erstmal den ganzen Shit hier in Ordnung bringen. Ja gut, wobei das, da müssen wir nicht in Ordnung bringen. Erstmal die Statue abholen. Ich stelle fest, das Gras unter dem, äh, unter dem Denkst, unter dem Gewächshaus können wir gar nicht holen. Warte auf meine Rückkehr zur dritten Jahres. Ja, das haben wir doch schon. So, Statue der Perfektion. Aus purem Iridium. Wo stellen wir die mal hin? Irgendwo, wo wir täglich dran vorbeilaufen. Wie zum Beispiel hier. Die generiert nämlich Iridium. Nicht, dass wir es an diesem Punkt noch benötigen würden, aber es ist so. Natürlich ist das Gras hier nicht, äh, so platziert, dass es, äh, von den, dass es von den Sachen hier geschützt wird. Das ist natürlich Kacke. Aber wir lassen einfach mal den ganzen, den ganzen Shit hier, ähm, den lassen wir jetzt einfach mal so, wie er ist. Sind die Zäune? Ja, die Zäune funktionieren noch. Ähm, so. Das kann weg, das kann weg. Wir brauchen die, äh, Erdbeersamen. Gut, wir müssen hier alles wieder neu machen. Nein, ich will doch nicht angeln. So, das wird heute wahrscheinlich der Großteil des ersten Tages sein. Und dann müssen wir gucken, dass wir auf Ginger Island auf die 100, ähm, Walnüsse kommen, dass wir die Mr. Q-Quests machen können. Weil das ist eigentlich das Einzige, was uns jetzt noch fehlt. Und das wird uns hoffentlich auch ermöglichen, dass wir im Jahr 3 noch auf Perfektion kommen. Ich habe nachgeholt, was uns übrigens beim letzten Mal gefehlt hat mit den, ähm, mit dem Museum. Wir haben Soapstone nicht, ähm, nicht gespendet und, ähm, die skelettierte Hand. Also wir haben sie gefunden, aber wir haben sie nicht gespendet. Und jetzt wird mir auch halt erst so richtig bewusst, dass die Artefaktspots halt wirklich auch innerhalb von Pelican Town ortsabhängig sind. Das heißt, ich habe, äh, das Gefühl habe ich halt immer das Gleiche rausgekommen. Dann habe ich irgendwann angefangen, sie zu ignorieren. Was aber eigentlich fatal war. Aber da spielt halt auch wieder das begrenzte Inventar mit rein, was ja wir jetzt nur durch die Mod halt, äh, nicht so krass haben. Dass man halt oft, dass man finde ich halt, wenn man dann anfängt, immer nur noch die gleichen Sachen zu kriegen, dass man dann auch wirklich anfängt, dann diese Spots zu ignorieren, weil es halt sinnlos wird. So, ich habe irgendwie bestimmt 100 Hühnerstatuen schon im Laufe dieses Let's Plays bekommen. Oder, weil Let's Play ist es ja auch nur, es ist Let's Play. Auch wenn es nicht so heißt. Ähm, so, hier frei. Wir haben nur 400 Samen, also wir müssen nicht komplett hier ausrasten mit der, mit der Arbeit. Stimmt, die, die Sprinkler sind, das ist ja okay, die halten, die, die Rare Crows, die, äh, halten nicht, wenn man. Wenn man, äh, mit der Hacke daran arbeitet, das muss man, äh, bedenken. Hi, Goku, willkommen zum Stream. So, wir gehen gleich auch mal zu Pierre. Hanna Jaguar, danke für die Bits, für die Chinchillas. Ich erzähle nach dem Stream den Shins davon, dann, äh, frage ich mal, ob sie sich freuen. Kriegen dann, äh, ich habe ihnen vorhin schon ihr Futter gegeben, aber dann kriegen sie noch ihre Goji-Beere zum, 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 wenn ich schlafen gehe. Was haben wir hier? Äh, ja, Zauberer interessiert mich nicht. Oh, 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 die Szene. Wann Alerts an, äh, ich halte nicht viel von Alerts, to be honest. Du hast Pierres geheime Sammlung gefordert. Also, nur um festzuhalten. Wir sind gerade einfach random ins Schlafzimmer von diesem Dude gegangen, gucken in sein Regal und finden einfach seine, seine Porno-Heftchen oder was das sein soll. Also, eigentlich sind wir hier jetzt nicht gerade der, ja, wie hast du es gefunden? Ja, wir haben nichts, in diesem Raum zu sein. Deine Frau verdient es doch, aber scheiße wissen. Das Ding ist, die Sammlung, das kann halt wirklich alles sein, ne? Also, manche interpretieren auch rein, dass er, dass er, dass er Drogen nimmt. Es könnten, äh, es könnten Hinweise auf eine Affäre sein, die er hat. Aber das verändert halt, finde ich, was, ähm, das, äh, das verändert halt, finde ich, so ein bisschen, was hier die, für mich die korrekte Antwort wäre. Also, die ganze Szene, also, ein paar Szenen sind ja leider echt weird, sorry. Kann man nicht anders sagen. So, pass auf, pass die Naken. Müssten ja echt alles, genau, haben wir. Bo, ne, ich wollte, nein! Okay, Bohnen brauchen wir noch. Wollen machen wir 25? Blumenkohl. Komm, wir haben sowieso Platz. Kartoffeln benötigen wir für nichts mehr. So, Zierlauch für den Honig. Dann Grünkohlsaat. Tulpen haben wir aber, meine ich, oder? Also, das ist kein Thema, dass wir, wenn wir das jetzt nicht jetzt kaufen, werden wir, falls wir später doch noch benötigen. Aus dem Grund, dass, ähm, also, wir können ja sowieso im Gewächshaus und auf Ginger Island alles, ähm, anbauen. Und wir kriegen noch ein Item, das, äh, Pierre rund, äh, das Jahr über alles verkauft. Also, das ist kein Problem. Äh, warte, Abigail? Abigail, wir haben für dich, ich hab hier eine Amethystin. Okay, der Kaffee ist schon wieder ausgelaufen. Marnie ist auf 10. Pierre, Harvey ist auf 8. Ist mittlerweile der Winter vorbei. Ähm, sieht das winterlich für dich aus? Es ist Jahr 3. Der erste Frühling. Weil Monate gibt es in Stadion, wenn ich nicht, es gibt nur Jahreszeiten. Gas hat für uns einen Fischtaco zubereitet. Wie nett. So, ja, das Poi war für... Leo liebt das, ja. Äh, apropos Geburtstage. Das sollten wir vielleicht mal grad checken. Kent, Louis, äh, Vincent, Haley. Okay, Louis und, äh, und Kent sind wichtig für uns. So, pass auf, weil die hier an einem, äh, Gerüst wachsen. Stimmt, das ist auch so ein Ding. Junimust können ja hiermit total toll umgehen. Weil sie durch die, äh, durch das Gerüst durchlaufen können. Dann nach unten. So, das Praktische ist, wir müssen uns nicht darum kümmern, dass der ganze Shit hier geerntet wird. Ähm, Zierloch. Dann kommt die Noxlosium-Mod, ähm, hast du sie geschrieben? So, pass auf. So, ich dachte, du hast eine KI geschrieben, die die Stadio Venimods schreibt. Wo sind diese komischen Hütten? Gut, ähm, Sklaverei. Also da leben Junimos drin, die auch das Community Center bewohnt haben und die ernten dann, wenn es nicht regnet oder Winter ist, ernten die unsere Felder für uns. Ich hab doch gesagt, wir brauchen dafür irgendeinen Trottel. Siehst du, das würde für mich zutreffen. Nein, aber wieso muss ich mich dann drum kümmern? Ah, wie in Minecraft. Ja, genau. Nur, dass die Junimos halt ein bisschen schlauer sind. Und sie sind niedlicher. Aber ich hab heute mich auch noch mal ein bisschen mit Minecraft-Mods beschäftigt. Ich bin gerade sehr motiviert wieder fürs Hardcore-Projekt. Und hab mich noch mal ein bisschen mit ein paar Quality-of-Life-Mods befasst. Und auch ein paar Kleinigkeiten. Hi, Remo. Hi, Remo. Ich bin gerade ein paar Kleinigkeiten. 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 Vielleicht ja immer noch nicht. Jetzt geht doch noch bei den Junimo-Hütten das Licht an. So, pass auf, macht es überhaupt einen Unterschied? Ja gut, ich habe jetzt den Kalender vom Wiki nicht offen. Ich weiß gar nicht, ob es einen Unterschied gibt, aber ich jetzt beim ersten Tag schon direkt gieße. Ich weiß gar nicht, ob es einen Unterschied gibt. So, ich meine grundsätzlich ist es ja egal, wenn es ein bisschen asynchron ist mit der Ernte, weil sich die Junimos ja drum kümmern. Also ich will mich da auch gar nicht groß stressen, weil ganz ehrlich, wir sind inzwischen an einem Punkt, wo eigentlich Wichtigeres ansteht als die Erdbeeren. Es ist natürlich jetzt praktisch, dass wir jetzt eine Gießkerne haben, die unbegrenzt Wasser hält. Ah, schaffen wir das? Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Nee, ich glaube, das könnte unrealistisch sein, dass wir das schaffen. Was richtiges hat Erdbeeren. Ich hoffe, das ist kein Celeste-Fan. Ja, das Spiel... Ich habe nicht das Gefühl, dass das was für mich ist. Es wird spät. Ja, aber es sind noch nicht alle Erdbeeren gegossen. Ich kann doch nicht schlafen gehen. Ich bin... Ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das wird knapp Warte Käse, das Allheilmittel für alles Ich finde es cool, wenn du das streamst, wenn sie über dich vielleicht mal ausrasten Nein, wird nicht passieren Ich glaube, selbst wenn ich die Hardcore-Welt verliere Das wird jetzt wahrscheinlich schrecklich altern, aber ich sehe gute Chancen, dass ich da selbst dann keine besonders starke Gefühlsregung zeigen werde So, Video mehr als in einer Minute Danke, Shane So, das ist in drei Tagen Hydrieren, Moment Immer schön ans Trinken denken Darf ich Experimente an deinem Gehirn durchführen? Versuch die Fähigkeit zum Ausrasten zu installieren Du kannst jetzt mal Experimente an deinem Gehirn durchführen, um die Fähigkeit sich zu konzentrieren hinzuzufügen Wie läuft das nochmal mit der Masterarbeit, die du lesen sollst? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben Huch, nein Ich will doch nicht das, äh Ich will doch nicht das Einmachgefäß wegmachen Ich habe jetzt mal Eine Pause von anstrengenden Dingen machen So haben wir nicht gewettet, auch wenn es ein netter Nebeneffekt ist, dass die Map endlich draußen ist Jetzt, wo ich kein Ziegler mehr spiele Mehr wird er wohl noch spielen können Im Moment versuche ich aber ein bisschen Abstand von Ziegler-Content zu kriegen Und ich komme so schon nicht hinterher mit dem, was ich machen will im Moment Also ich werde definitiv bei der Gletscher-Analyse, wenn ich da in Staffel 2 weitergehen will, muss ich mir da zwei Wochen pro Video einplanen Weil auch die Folgen da länger sind Also da bin ich nicht confident, dass ich das einmal pro Woche hinkriege Das Ding ist klar, die Map spielen ist eine Sache Aber dann auch noch ein Video dazu machen Was sinnig wäre, weil es ja schon eine recht spezielle Map ist Ähm, ja Ähm, warte, das sind die, das sind die Samen Ich wollte schon sagen, ich hatte doch vorhin extra geguckt Das passt doch So, also ganz ehrlich, wir haben jetzt schon gefühlt mehr Baumdünger, als wir je craften mussten Aber dann natürlich sind wir noch ein 이해 estaba Oh ne 1977 So, was, ich sage jetzt, guckend WOC Ja добав können So, was ich noch nie gesagt? Kann ZNTS kommen? Ja, wenn ich das produktivitätstechnisch mal hinbekäme. Ich sag mal so, also das ist, äh, ich bin froh, dass ich gestern noch einen Schub hatte und noch das Skript für das Glitchtel-Video hinbekommen habe, weil, ja, das hab ich dir ja auch geschickt. Wobei ich ganz froh bin, weil du halt noch erkannt hast, dass da eigentlich ein kompletter Absatz unnötig ist. Ähm, aber eigentlich wollte ich auch heute noch das Voice-Over dafür aufnehmen, dazu bin ich dann auch wieder nicht gekommen. Ich war eigentlich vorher davon aus, dass ich heute das Skript schreiben und Voice-Over aufnehmen muss. Dann muss ich, äh, morgen ist auch Voice-Over machen und dann auch das Video am besten zusammenschneiden und ich hab nicht das Gefühl, dass, äh, dass ich da ungestört sein werde. Irgendwas wird dazwischen kommen. Niemand kümmert sich um George. Warte, können wir die Szene triggern mit, mit Vincent und Jazz, wegen der Frühlingszwiebeln? Hallo! Flühlingszwiebeln! Spricht das auch im Original falsch aus, oder ist das hier ein Tippfehler? So, er verrät uns ein Geheimnis, das wir nicht, äh, zurückwissen können danach. Wenn du es so anguckst, sieht es gut aus, richtig? Oh, ja, 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 wenn du etwas abziehst, sind hier überall Käfer! Cool, ja, er findet es cool und dadurch steigt jetzt unser, ähm, unser Verkaufspreis für die Dinger irgendwie mal das Dreifache, mit, weil wir dieses Wissen haben. Das sah aus wie ein Lachen, aber es ist, äh, es ist eigentlich, äh, ich glaub, das sollte Ekel ausdrücken. Du hast gelernt, wie man Frühlingszwiebeln reinigt, ohne Käfer an ein Haar zu krümmen. Frühlingszwiebeln sind jetzt fünfmal so viel Gold wert. Die Leute geben, ne, die Leute geben eher aus, wenn keine Käfer drin sind, aber... Jetzt können wir sie reinigen und dann können wir einfach das Fünffache verlangen. Das ist Stardew Valley-Logik gerade. So, ich find's übrigens toll, dass einfach Lauchstangen zwölf Stück und dafür gibt uns, äh, kriegen wir hier einfach einen kompletten, äh, kompletten Monat für, äh, Entschuldigung, kompletten Monat für Zeit. So, aber das ist nicht, ne, es geht um Lauchstangen. Ähm, ja, die mag ja George gerne. Lass mal kurz gucken, müssen wir die selber anpflanzen. Da war George. Lauch. Warte, können wir... So, und dann... Lauch. Frühlingszart. Okay, nee, die müssen wir finden. Ja, okay. Die müssen wir finden, aber die sind, das sind normale Items. Okay. Okay. Ist okay, können wir machen. Okay, ab zur Ingwerinsel, solange, solange Willi noch da ist. So, Strand, hier müssen wir auf jeden Fall... Regelmäßig gucken. Ja, wir haben ja jetzt sogar dieses, dieses Archäologen-Trade. Also das hilft uns hoffentlich noch ein bisschen. Ansonsten müssen wir für den, für den Seifenstein müssen wir halt die Omnigioden. Die müssen wir dafür halt sammeln. Wilder Köder. Warte, auf Ginger Island kommt auch? Er hat einfach meine, meine Sachen zerstört. Okay, es ist alles gewachsen, sehr gut. Es müsste alles ready sein. Das heißt... Wir reden mit ihm. Das rosa Ding. Das ist einfach schon mal fünf. So. Dann der Weizen. Das ist einfach fünfzehn von den Dingern. So. Und damit müsste jetzt der Raum offen stehen. Die lassen wir jetzt einfach mal so lange noch da, weil so lange bleibt, äh, auch, ähm, der Boden bestellt. So, das Ding ist, was, äh, was ich leider feststellen musste. Anscheinend ist die Anzahl der Artefakt-Spots deutlich reduziert dadurch, dass, äh, die ganzen, äh, Felder drüben bei der Farm halt mit meinen Pflanzen voll sind. Das heißt, alles, was da spawnen würde, erscheint halt gar nicht erst. Das ist natürlich ungünstig. Obwohl du nur einen Bruchteil der Walnüsse brauchstest, um der Ziel auf dieser Insel zu reichen. Bro, ich hab noch nicht mal das, das Resort freigeschaltet. Wir nehmen dich, was wir curtains stecker. Das war auch v Nimm sie nur nicht in den Mund, sie sind hochradioaktiv. Danke für die Warnung. Aber in der Tasche tragen ist okay, oder wie? Stimmt, hoffentlich kriegen wir Danger in the Deep, dass wir die schwere Mine freischalten können. Gefahr aus der Tiefe, ja, ja. Genau das wollten wir. Dann machen wir hier nämlich noch fertig. Und danach wissen wir, was wir die nächsten Tage tun werden. Wie sieht es hier aus? Frühling 5, in drei Tagen. So, pass auf. Ähm, einmal zum, ähm, zum, ähm, zum, dem Ding, wo die Knochen sind. Zur Ausgrabungsstätte. Natürlich kommen hier die ganzen Artefakts bei uns, aber wir kriegen ja auch Omnigioden, das ist, äh, ganz nett. Einfach drei Stück. Aber soll mir recht sein, ich brauch's Hope Stone. Trilobit. Das ist leider nicht, das, äh, das ist leider nicht, äh, der Droide, den wir suchen. Hier ist nicht zufällig irgendwie doch noch das Teil drin, ne? Das ist geletternd. Doch, die haben wir, die brauchen wir. Das ist das, was wir benötigen. Kann die, wieso hab ich den Text nicht gesehen? Dann ist das nämlich auch vorbei. Dann brauchen wir nur noch halt Omnigioden für den Seifenstein. Und da kriegen wir hoffentlich ja welche von, wenn wir, ähm, Moment, das Zeug verticken, äh, verschenken wir mal gerade hier an unseren, äh, unseren Kollegen hier. Okay, erst mal drei Herzen. Ähm, ja, hoffentlich kriegen wir ja auch Omnigioden und vielleicht auch ein paar Gefrorene Geoden hier von, ähm, wenn wir in die Mine gehen. Also gerade, dass ja da Heart Mode ist, was ja dann sogar noch nach der Skeletthöhle vom Schwierigkeitsgrad ja sein müsste, hoffe ich da drauf. So, das hier und dann den Island Trader. Das Strandbad, das dürfen wir unbedingt schließen. Ich weiß gar nicht, was das tut. Aber außer, dass hier gelegentlich, äh, Bluffbewohner herkommen. Ich glaub, jetzt können wir hier lang? Genau. Mahagonisam. Genau, hier ist eine goldene Walnuss drin. Stimmt, ich glaub, wir müssten ja jetzt angeln können, ohne dass wir was drücken müssen. So, dann können wir auch gleich den Island Trader freischalten. So, hier. Vielleicht hier? Nein. Müsste nicht hier die, äh, Piratenbucht sein? Oder wird die erst, äh, am Tag danach verfügbar? Na ja, sehen wir ja. Das Wichtige ist jetzt erstmal, dass wir den Island Trader und das Resort freigeschaltet haben. Ansonsten fehlt nämlich, glaub ich, glaub ich, nur noch die Brücke im Vulkan und die restlichen goldenen Walnuss, können wir dann direkt für, äh, Kielsteine eintauschen. Teleport, Totemhof, Taroknollen, Ananas-Samen, aber dafür haben wir diese Magma-Hüte. Das ist ein 1-zu-1-Trade. So, goldene Kokosnüsse benötigen wir nicht mehr. Dschungelfackeln. Bananen-Sprösting-Besitz haben wir inzwischen schon. Ein wildes Doppelbett. So, Bananen-Pudding. So, wir benötigen das Rezept. Also, ja, bitte, her damit. Höchst Hydro-Boden, das benötigen wir auch. Okay. So, die Skelett-Hand, die wurde mir, glaub ich, nicht als im Besitz angezeigt, weil, ähm, ich nicht, weil, weil es auf Ginger Island war. Ich glaube, das erkennt die Mod nicht. So, Taroknollen benötigen wir nicht. So, Herbstfülle, Marc-Louis, okay, das, das brauchen wir also für seinen Geburtstag. So, beim Gras müssen wir vielleicht mal gucken, ob, äh, wir da nochmal gezielt was setzen. Aber noch können die Tiere sich ja da bedienen. So, was benötigen wir noch, äh, gerade nicht? Holz können wir da reinpacken. So, Pizza, die Skelett-Hand müssen wir eintauschen. Fisch-Taco können wir irgendwie vielleicht mal für, falls wir was angeln wollen, brauchen. Würde ich aber dann auch eher hier zu den, nee, wo war es, hier. So, ich bin mal gespannt auf die schwere Mine. So, Kent hat am vierten. Also, wir kriegen jetzt, äh, 110 Gold für Iridium, äh, Friedlingszwiebeln. So, heute ist so ein Tag, da sagt die Junimo-Gewerkschaft, äh, wir ernten nicht. Eine Regenbogenmuschel, benötigen wir die noch für irgendwas? Nein, aber wir besitzen nur die eine, also behalten wir die mal. So, ist irgendwas beschädigt worden, was wichtig ist? Hier. Der Weg, der ist aber nicht wichtig. Wie sieht's hier aus? Wir brauchen, ähm, was Eingelegtes. Ja, wenn wir irgendwas, was Gemüsemäßiges haben, können wir das mal einlegen. Ähm, Käse, warte. Können wir, können wir, wenn wir Käse aus dem Keller holen. Nein, nicht die Stadt. Wobei, warte, macht das Archäologie-Büro schon auf? Acht Uhr. Ja, komm, wir geben dann gerade das Ding ab. Bevor irgendwas passiert. Wow. Das ist ja auch so ein Meme, dass dieses Teil, äh, so das Starter-Set ist, äh, so das Starter-Set ist, äh, das ist generell einfach, es gibt diese Memes so von wegen, wenn du deine komplette Hauseinrichtung danach machst, das, äh, was dir, was dir Günther so, so schickt für, ähm, ne? Und so, wenn du die, äh, Oh, stimmt, die... Ich glaub, unsere beiden, äh, Ringe sind hier echt hilfreich. Also die Slimes machen uns kein Damage. Nautilus-Musche, wofür waren die nochmal? Für, brauchen wir für nichts mehr. So, ich bin mal gespannt, wie, äh, wie selten radioaktives Erz ist. Auf jeden Fall sind Nautilus-Muscheln hier nicht mehr selten. Frage, ist das hier besser als, äh, als die Schädelhöhle? Also vom Loot her. Ich mein, es gibt hier, glaube ich, auch noch eine schwere Version der Schädelhöhle, die man freischalten kann, wobei ich mich dann frage, wie tief man gehen muss in einem Run, um das halt zu schaffen. Weil das ist ja doch sehr glücksabhängig. Ich meine mal, ich könnte mal so ein paar Kristallarium-Dinger in der Wüste platzieren mit, äh, mit Jade, dass ich die immer eintauschen kann. Das ist ja schon unser dritter Nautilus-Muscheln. Aber vom Loot her... Not Gone Alive vom Loot her bin ich jetzt noch nicht so beeindruckt. Ich meine, wir kriegen hier einfach Kupfer. Ich meine, es gibt mehr, äh, es gibt Steine hier in, äh, rauen Mengen. So, dieses Gebiet ist verseucht. Warte. 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 Okay, warte, das hätte ich vielleicht gerade nochmal aufsammeln sollen. So, damit sind wir schon mal auf Ebene 10. Ähm, haben wir von... Ja, wir haben Würzigen Alive. Das heißt, wir können, ähm, auch unseren Speed nochmal ein bisschen erhöhen. Und unser Glück. Dieses Gebiet ist verseucht. Ähm, ja. I don't care. I love it. Hier, die Dinger hätten, glaube ich, auch die, die Skeletthand droppen können. Bei den Monster-Zielen fehlt uns auch gar nicht mehr so viel. Ich glaube, es waren nur noch zwei Sachen, die uns gefehlt haben. Dann haben wir auch, äh, das geschafft. Oh, hallo. Oh, hallo. Das Teil will doch irgendwie der Zauberer manchmal, dass man die tötet. Ah, der haut rein. Was macht der bitte für Kraft und Damage? Warte. Ich hab dich genau gesehen. Irgendwie ist die Reichweite ist aber auch irgendwie random. Tintenfisch-Tinte. Das ist schon mal gut. Ich glaub, die brauchen wir auch noch für irgendwas. Falls wir sie nicht schon haben. Aber irgendwas konnte man eigentlich damit auch craften. Eine müssen wir liefern und wir müssen zusammen was damit kochen. Also, dann ist das sogar ganz gut, dass, äh, diese Gegner anscheinend so häufig sind. Was bist du? Ähm, Sepp? Uh, radioaktives Erz. Nehmen wir natürlich direkt mit in unsere Tasche. Einen müssen wir liefern. Okay, es muss ja eigentlich von der Seite jetzt so ungefähr auf Iridium-Level sein, wahrscheinlich. Hyperspeed-Zücht und Zauberköhler. Dafür haben wir das Rezept nicht. Na komm, da raus. So, hier in der tiefen Mine ist nichts. Also, wir müssen nichts Neues anfischen. Wir müssen ja auch sagen, Ja, die war fringes Erz. Okay, ich glaube, hier kommt meine einer Skill zugute, dass wir immer mindestens zwei rauskriegen. Es ist halt, okay, also den Monster muss ich noch lernen, zurecht zu kommen. Nochmal die Tente. Wie viele von den Dingern sind das? Okay, aber es steht hier nichts zu den Monsterzielen, ne? Okay, die Dinger brauchen wir gar nicht zu jagen. Warte, warte das, Shell. Stimmt, heiraten müssen wir heute auch noch. Ich finde die Hitboxen von den Tintenfischen extrem schwer einzuschätzen, to be honest. Wie viele geben die pro 110? Ich glaube, dass das ein semi-seltener Drop ist, finde ich, ist, äh... Okay, ja genau, das waren die, die uns fehlten. Die Schattenviecher. Oder auch nicht, also anscheinend zählen die nicht. Ich bin, äh, nicht amused. Ich meine eigentlich, dass die, äh, dass die zu den Schattenviechern zählen würden. Hallo, Geist? Du droppst doch auch immer zwei von den Omnigioden. Sogar drei in dem Fall. Ich meine ancientfrau. Sogar drei in dem Halt okay. Super. Und... Und... So, das hätte ich mir eben so ein. Wir haben sie dann eben in einer Höhle riskiert. Ja, warum nicht? Also es ist nicht so, als würde Sam ultra viel Mühe in diese Beziehung investieren. Oh, Key Jam. Die zählen aber auch als Geld. Die zählen aber auch als Geld. Ich bin mal gespannt, ob wir hier auch mehr, ob wir hier eine stärkere Version von Staubgeistern oder so finden, dass wir mehr Kohle bekommen. So, jetzt sind wir einfach in einem unterirdischen Wald. Das ist schon ein bisschen random. Also wenn wir hier jetzt auch noch Holz haben wollten, könnten wir das auch tun. Das ist ein Staubgeister, das soll ein Staubgeist sein. The fuck. Das hat so Pikmin 2, weil es dann geht immer tief an, irgendwann hat man so eine Ebene als Wiese. Gut, das weiß ich nicht. So, Knochenfragment und Solaressence. Morgen wird es den ganzen Tag sonnig sein. Der Spielfigment 2. Nein. Ich habe doch jetzt schon keine Zeit. So, hier war irgend... Ich hatte ja auch, ob ich irgendwas im Momentar was Kent gerne mochte. Ich schaffe das aber easy in 10 Stunden. Ja, dann speedrunnet das doch für mich. Ist doch kein Thema, oder? So, Deluxe Hydro-Boden. Das Ding kann man irgendwie gut brauchen für Ginger Island, wenn man da Blumen pflanzt, für Honig. Wie für Speedzücht haben wir, glaube ich, nicht das Rezept für. So, können wir irgendwie ein bisschen Platz im Momentar schaffen. Beziehungsweise, was kostet ein Kristallarium nochmal zum Bauen? Zwei Iridium-Barren. Fünf Gold-Barren und eine Batterie. Ich denke mal, fünf reichen eigentlich. So, was will ich mit dem Mangos? Ach stimmt, Leo mag die gerne. Ich erinnere mich. Das hier benötigen, weil wir dafür nicht mehr. So, hatte ich hier irgendwas, was Kent mochte. Bei Kent geht doch eigentlich mal früh einrauchen. Ja, sonst kriegt er eine Hasenpfote von mir. Denk auch mal daran, dass du ein Pferd hast und nicht mal laufen musst. Ich gehe, aber wenn ich in die Mine gehe, bringt es auch nicht, wenn ich mein Pferd mitnehme. Und ich kann mit dem Pferd nicht schnell reisen. Aber es gibt ja diese Pferdeflöte aus dem Walnussraum, dass ich das Pferd immer zu mir rufen kann. Selbst auf Ginger Island. Ich glaube, ich mache aus meiner S4-Map jetzt spontan eine ganze Kampagne. Ich hätte jetzt schon mit S4 beschäftigt sein, kann ich dann leider nichts anderes machen. Du wirst erst die Masterarbeit lesen. Dank, aus der Nummer kommst du jetzt nicht raus. Komm, Kent, ich will dir ein Geburtstagsgeschenk bringen. Ich weiß zwar nicht, was du mit einer Hasenfote sollst, aber das ist dir überlassen. Ubisoft hasst diesen Trick. Ja. Sam, hello. Mein Vater ist zurück. Hast du ihn getroffen? Bro, er ist schon seit einem Jahr zurück. Natürlich habe ich ihn getroffen. Ich finde es übrigens toll, dass Jodie und Kent ein Einzelbett haben. Und ich komme jetzt einfach hier rein. So. 9 von 10. Nächstes 104 Punkten. Das können wir sogar noch durch normale Gespräche erreichen. Wenn ich das lese, äh, diese Latte aufstehe, haben wir ein Jahr Welthunger gelöst. Ja, jetzt muss ich wieder an dieses Video denken. Hast du das nicht sogar reingepostet? Hast du dich gerade einfach schon zu einer anderen Person ins Bett gelegt? Ich habe ihm ein Geburtstagsgeschenk gebracht. Das wird man ja wohl noch machen dürfen. So, die Kupferpfanne benötige ich eigentlich gar nicht. So, ganz ehrlich, die Dinger bringen mir gar nichts. Geisterkristall. Trainer. Komm schon, einfach einen Seifenstein. Mehr brauche ich doch nicht. Wenn du in das Video musst, was ich reingeschickt habe, dann habe ich es reingeschickt. Ja, der Boden hier ist aus Boden. Komm, Leute. Ich will nicht safe scummen. Ich will einfach nur diesen blöden Seifenstein, den ich vielleicht auch schon zehnmal hatte. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Zwerg? Habe ich denn nämlich einen Zwerg auf zehn? Auf acht. Wie auch immer ich das geschafft habe, ich gehe nie zum Zwerg. So, du magst auch aber testen. Ich weiß gar nicht, was das bringt, den Zwerg hochzuleveln. Welches Element im Periodensystem ist Boden? Eine Käse-Mod in Minecraft. Was dann eine Anspielung auf Stardew Valley wäre. Aber auch nur, wenn man da den Käse der Wahrheit craften kann. Du kennst den Käse der Wahrheit, natürlich. Was soll ich hierher bitte Ähnlichkeiten zu den Staubgeistern haben? Auf jeden Fall machen sie gut Damage. Und das hat alles Does. Anspiel Scripture interview. Das ist nicht so. Wasер qui. Du bist du ähnlicherin. Kom begeistert haben. Du hast du jene, aber es istinea. Du hast du jene Knochen. Ich sch Bellein, aber auch zu den Knochen. Du hast deine Aufgabe gemacht. Du hast du jene, Däune. Welche Damage machen die? Aber wir kriegen gefrorene Dioden. Ich glaube, die haben sogar eine bessere Chance auf die Seifensteine. Haben wir ja. Jetzt kriegen auf einmal die gefrorenen Dioden nachgeschlossen. Dieses Gebiet will mit von Monstern. Stimmt, das Flötenblock rät jetzt auf den Dioden und können wir jetzt auch lösen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Unsere Angrote Um Wagen Unsere Angrote Unsere Angrote Buh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, ich will nicht den Staubgeist. Ich will den fahren. Ich will wissen, ob ich den noch irgendwas brauche. Na gut, jetzt ist es auch egal. Hallo, Spinne. Ja, das ist die Spinnen reskinnt von diesen Grabeviechern. Nur, dass sie sich halt offensichtlich bewegt. Ne, die Spinne ist eigenständig. Oder? Weil die Viecher, die ich meine, die Duggies, die können ja normalerweise nicht auch... ...auf Schienen bewegen. Okay, ne, die Spinne bewegt sich, wie sie möchte. Wow. Nur für den Fall. Einmal Käse inhalieren. Danke wieder. Du bist zu krank, um etwas zu essen. Dankeschön. Das soll jetzt zwei Minuten lang halten. Oh... Oh. Oh. Oh, schon wieder so einer. Okay, wenigstens wird es nicht aufgefrischt, wenn man mehrmals getroffen wird, aber ich glaube, wir müssen nach der 55, müssen wir mal kurz eine Pause machen. Weil wenigstens droppen die gut Omnigioden. Okay, cool. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Komm schon, lass mich essen Komm schon, lass mich essen Natürlich praktisch, dass die ganzen Slimes alle keinen Damage mehr machen Strauß fahren, Risotto, da war was Ja, danke Ich wusste, das hätte ich gelassen sollen Aber ich will die Omnigioden haben Oh Komm her! Wettet mich, dass du im nächsten Minecraft-Stream nicht sterben wirst. Und um was wettest du? Oh, eine neue Wette, ja, aber eine wahrscheinlich mit einem überzogenen Einsatz im Vergleich dazu, wie wahrscheinlicher es ist, dass er sie gewinnt. Huch, nein! So, das Ding benötigen wir jetzt nicht mehr. Ja. So, wenn ich recht habe, spielst du heute kurz nach Outer Wilds, Ultra Kill, Omori, Everwood, Epiliterion oder Pigment 2. Ja, dass du eine Wette gewinnst, ändert aber nichts an meinem Zeitproblem. Ich habe jetzt auch die Tage in die Richtung Subathon überlegt und denke mir halt so, wie soll ein normaler Streamer, der auch noch andere Verpflichtungen hat und das nicht Vollzeit Nacht, das eigentlich machen? Haben wir etwas... Müssen gleich auf jeden Fall Gemüse reinschmeißen in die... in das... in das eine Ding. ...für unsere Fisch, äh, Teich-Quester. Dann noch das. Was soll ich machen? Suche nach Outer Wildschäden einfach... Was soll das heißen? Damit kann alles gemeint sein. So, Aubergine. So. Ich glaube, die kann ich... kann ich einlegen, oder? Mach den Subathon nicht durch, dass ich mein Geld nicht dafür ausgegeben werde. Dann hast du eine Sorge wieder. Um dich geht's nicht! Höhlenkarotte braucht auch kein Mensch. Kann ich die irgendwo einlagern? Weil manchmal will die ja jemand haben. Hast du nicht gesagt, das war eine seiner Sorgen. Und mir geht's um die Zeit. Dann hab doch einfach mehr Zeit. Ja, äh, du kannst ja auch einfach... äh, du kannst ja auch einfach nicht arm sein. Also ganz ehrlich, du bist doch selber schuld. So fahr doch einfach Porsche. Und komm in die Gruppe. Wenn du obdachlos bist, kauf dir einfach ein Haus. Genau! Du hast es erfasst. Boah, jetzt muss ich an diese... Ich konnte mir das nicht geben. Ähm, äh, hat auch irgendwie Rezo, glaub ich, doch irgendwie erst darauf reagiert. Auf diese... Auf diese Cringe-Doku mit... mit... Kindern aus reichen Familien und so. Und, äh, beziehungsweise ich glaub, da waren noch ein paar... Ungefahr... Angebliches Selfmade-Millionäre und äh... Jungunternehmer drin. Wo ich... Wo ich hab auch nicht das Gefühl hatte, dass die so Selfmade waren. Zahl? Oh, oh, oh. So eine Omnigion, da sage ich nicht nein zu, aber noch viel besser wäre der Weg nach unten. Alter. Bisschen Gegnerspan hier, aber auch nur ein kleines bisschen. Prismatische Scherbe, sage ich nicht nein zu. Da kann man schön sein, dass ich immer recht hatte, unsere reiche Menschen enteignet gehören. Ja, also keine Ahnung, das ist, wenn du teilweise hörst, was, was, was auch jetzt, ich habe der TA jetzt ein Video gesehen, da ging es um Familien. Einige der reichsten Familien Deutschlands, die halt während der Nazi-Zeit reich geworden sind. Irgendwie die eine hat sich dann auch wie bei irgendeiner Ted-Talk-Geschichte, wie so ein Junge von 25-Jähriger, auch irgendwie so maximal in die Nesseln gesetzt. So, ich mir dachte, äh, Girl, bist du komplett dicht? So, weißt du, du bestätigst gerade einfach jedes Klischee. Und die hat da halt im Namen der Firma gesprochen, also jetzt nicht mal irgendwie nur für sich, auch wenn ich nicht weiß, ob ihr das so klar war. Da war übrigens ein Video, also auf diesem Fernkanal, wo auch jetzt Simplicissimus mitarbeitet, um halt englische Videos zu machen. Dementsprechend bin ich mal gespannt, ob dazu noch ein deutsches Video kommt. Oder gab es ja nicht sogar mal ein deutsches Video von denen? Da kriegt man irgendwie immer Lust auf so eine sozialistische Revolution. Ja, wenn dann teilweise sich die Familien das dann irgendwie schön reden. Von wegen, ja, aber wir haben die Zwangsarbeiter gut behandelt. Ja, kann sein, dass manche das auch wirklich, also, praktisch genutzt haben, um halt irgendwie die Leute vor dem Tod zu bewahren. Aber trotzdem habt ihr davon profitiert. Und ich meine, es erwartet ja, also, zumindest wäre nicht meine Erwartung, dass die jetzt irgendwie praktisch ihren kompletten Reichtum aufgeben sollen oder so. Aber meine Erwartung wäre halt nur, dass sie halt einfach nicht so tun, als wäre es irgendwie was anderes, als es ist. So, sie, also, niemand sollte ihnen die Schuld dafür geben. Die Entscheidungen damals haben sie ja nicht getroffen, aber sie haben halt gerade deshalb die Verantwortung, das halt nicht unter den Tisch zu kehren. Und sie hätten die Möglichkeit, sich halt aktiv auch in diesen Bereichen zu engagieren. Wir haben die Leute ganz freundlich ausgepeitscht und sie nur ganz langsam vergab. Genau. Ich meine, der ganze Euthanasiebegriff ist ja ein Euphemismus. Und beziehungsweise wurde ja als Wohltat an den Betroffenen verkauft, weil das Leben so unmenschlich und brutal wäre. Natürlich hat man auch damit geworben, dass ja die Betroffenen so unmenschliche Kosten verursachen würden für das Volk, was ja nicht tragbar wäre. Ich erinnere mich an so ein schönes Plakat aus dem Geschichtsbuch. Ich erinnere mich an den Betroffenen, was ja nicht vergleichbar ist. Ich erinnere mich an den Gästers Vater aus dem Gletsch-Tail-Origins-Video. To be honest, also ja. Ahmet豆, genau. War-Ford-elim- foundational. Wie Tit. Wie ist das? Mag mal jemand für Drian einlösen? Trink doch einfach so. Ja klar, ich soll kostenlos trinken, ja? Ah ne, oh Gott, dankeschön. Du bist ger... Nicht verdienen, mehr kannst du dir auch nicht leisten. Ja, ich soll jetzt mal ganz schön machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, 87. Aber noch, also, außer halt, dass ein paar Monster-Varianten getauscht sind und, ich meine, wir haben heute noch kein radioaktives Erz gesehen. Also, so krass unterschiedlich finde ich denn, äh, die tiefe Mine bis jetzt noch nicht. Und, ich sehe noch keinen Grund, sie dann nicht so, äh, dauerhaft zu nehmen, wenn man, äh, wenn man sie einmal freigestaltet hat. Weil die Slimes könnte ich mir vorstellen, dass die, wenn man diesen einen Ring nicht hat, dass die dann durchaus, äh, gefährlich werden können aufgrund ihrer schieren Masse. Aber, ansonsten. Ich meine, hier sind gerade so viele von den Shadow-Dudes, die müssen wir mal gerade alle neutralisieren. Es wird spät. Monsterjagd, Ziel erreicht. So, ich weiß jetzt nur nicht, was das letzte war, was uns noch fehlt. So, ich weiß jetzt nicht, was das letzte war. So, also da wurde es aber auch echt eng mit den, äh, mit den, äh, mit den, äh, mit den Treppen. So, pass auf. Schattenessenz. Magma-Giode. Hier, pass auf, wir benötigen nicht die. So, jetzt sind wir zumindest auf Farm-Gelände. comprom�-Gelände. Atom-Gelände. So, jetztuchen wir uns die, äh, mit den Treppen-Gelände. Und deswegen sind wir vorher Matthäus-Gelände raus. So, wir werden uns wieder auf, dass geht's etwa die Minute her. So, jetzt kann ich denn ihr Bilder. quá pandemic-Gelände raus. Möge. mouth-Gelände So, jetzt machen wir heute anschauen, dass wir eigentlich So, jetzt muss ich unbedingt ein bisschen funktioniert. Aber wir brauchen einen Sab 동en-Gelände. Wir haben nicht nur culpa, dass meine workflowsen Produkte ist. So, weg damit. Mein Gehirn hat eine sehr tolle Idee, da wird mein Steering jetzt erstmal für Nebensache sein. Pech gehabt, ich muss erstmal das Wichtiges ausprobieren. Jetzt musst du uns aber auch einweihen. Also kannst du jetzt nicht einfach das so anteasen und dann nicht erzählen. Ich glaube, das interessiert keinen. Doch. Okay, jetzt kriegen wir gerade aber wirklich die Treppen hinterhergeschmissen. Okay, ich glaube, heute haben wir einen Tag mit viel Glück. Ich habe natürlich gerade nicht den Wahrsager gecheckt. Jetzt schlägt gerade das Streamer-Lack durch. Ich erkläre es, wenn ich fertig bin. Wir werden es also nie erfahren. Was soll das denn heißen? Du weißt ganz genau, was das heißt. Ja, ich gehe jetzt. Ich gehe nicht. Ich gehe noch nicht. Jetzt gehe ich aus. Ich bin steht als Myth. Ich gehe noch nicht. Ich gehe direkt zum Beispiel. Ich gehe noch nicht. Ich gehe noch nicht. Ich gehe einfach noch nicht. Bis zum nächsten Mal. So, wir sollten heute eigentlich dann auch das schaffen, dass wir Level 120 erreichen. Und dann können wir in die tiefe Mine, wann wir mal wieder wollen. Oder in die gefährliche Mine so rum. Okay. Aber wir haben erstaunlich wenig radioaktives Erz hier gefunden, to be honest. Also wir haben seit einiger Zeit keins mehr gesehen. Wir hatten am Anfang irgendwie ein paar und jetzt haben wir irgendwie seit bestimmt 60 Leveln oder so kein einziges Ding gesehen. Okay. Oh, das ist eine Galaxy Soul. Die sind normalerweise ziemlich teuer, aber wir brauchen drei davon. Jetzt liegt hier schon wieder Kupfer und was soll das? Spiel, ich will radioaktives Erz. Ich will radioaktives Erz. Wow, wir kriegen immer ein radioaktives Erz. Oh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir müssen uns auch demnächst wieder um neuen Käse kümmern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. So, für noch eine reicht es nicht. Dafür müssen wir dann wirklich wieder neue Ernte reinbringen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Baumdünger, 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 20 Stück. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ich hatte im Kopf, dass der Käse automatisch golden ist. sondern ich hatte mir in den Kopf, dass das bei Käse so war. So, Emily, ich stehe uns aber mal wieder random einen Seeigel. Warte, wir können diesmal das Pferd nehmen. Meine krasse Idee war, dass wir das Versuchen selber zu fixen, wie einfach die Leben der Gegner zwar zehnfach. Es hat geklappt, dass die Gegner mit der Fertesse aber nicht mehr One-Hit war. Eigentlich scheiß ich, sein Leben mehr als zehnfach zu haben, da war das ein echter Krampf, um das für jeden Gegner irgendwie anzupassen. Oh, ja. Gut, ich weiß nicht, ob Gegner in Pikmin vielleicht Rüstung haben. Und wenn die additiv funktioniert, dann könnte sich das vielleicht sogar, ja, dann könnte sich das potenziell sogar verschieben. Aber es wird ja wahrscheinlich irgendeine globale Variable geändert haben, oder? So, pass auf. Ähm, Herbstfülle liebt Louis. So, Louis ist auf 10. Äh, nicht benutzt, es bin nicht mal das Pferd. Ja, jetzt, äh, ist es auch sinnvoll. So. Clint, ich benötige deine Dienste. Das ist Marmor. Nochmal Marmor. Ich meine, das brauchen wir auch zum Craften, aber ich glaube, das haben wir sogar schon extra gecraftet. Oder zumindest das eine, was... Ne, warte. Okay, da kommen wir jetzt nicht dran. Geisterkristall. Das ist er, das ist er. Ne, das ist Lunarit. Schade. Aber der sah so ähnlich aus. Das ist Pyrite. Das ist wieder der, äh, die, der, keine Ahnung was. Du hast nicht genug Platz in deinem Inventar. So, Marmor Feuerschal. Sollten wir vielleicht bei Gelegenheit mal herstellen. Geben wir Soapstone. Spiel. Spiel. Alamid. Es gibt Variablen für die Stärke von Pikminen. Geben wir Soapstone, Clint. Geben wir Soapstone. Alter. Das kann es auch nicht sein. Ich meine, gut, die hier haben keine, keine, ähm, keine Soapstones drin. Aber bevor sie mir das Inventar zumüllen. Okay. So, aus irgendeinem Grund, dass das Zwergengerät, äh, nicht, äh, will Clint das nicht haben. So, wir lassen das Pferd mal nicht stehen. Das wäre ja fies. Außerdem können wir es dann nicht zum Hafen nehmen. So, die machen wir von meiner Schalte. Agmar Marien und, äh, Stein. Ein. Unheimliche Statue. Haben wir überhaupt den, den, äh, das Rezept dafür? Wir haben das Rezept dafür gar nicht, ne? Ne, haben wir nicht. So, Marmor haben wir aber auch da. Was wollte ich noch gemacht haben? Ich wollte nach dem Käse schauen. Nach dem Käse der Wahrheit. So, wenn ich einen Käse oder so schaufe, dann gehe ich an. So, ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so gut machen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so gut mache. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so gut mache. So, morgen müssen wir dann eine neue Krieg-Quest kriegen und hier müsste was Neues zur Verfügung sein stehen. Genau, wir können mal kurz gucken, ob wir Lauch finden. Wir müssen eigentlich den Kalender checken, falls, äh, wobei, ne, es stand ja eigentlich nichts mehr an. Die Geburtstage, die noch anstehen in der zweiten Woche, waren für uns ja uninteressant. Kein Lauch? Wer bist du? Wer bist du? Trashbear. Ein freundlicher Geist, der Mühe beseitigt. Excuse me, what? Heisst. So, ich bin experimentierd. So, da gebe ich jetzt die Chance 34%. Hoch. Wow, das war jetzt aber nicht gewollt, aber willkommen. Aber was ist sein Ding? Von hier habe ich noch nie was gehört. Warte, das müssten wir ja hier in der Gegend finden. Kann sein, dass wir es heute nicht mehr auf die Ingwerinsel schaffen, aber das ist okay. Dann können wir nämlich hier morgen noch den, äh, wie eine Quest annehmen. Vielleicht kriegen wir noch mal die Chance, auf Ginger Island die Zutaten zu sammeln, aber bis jetzt haben wir da noch nicht wirklich Glück gehabt. Was ist denn hier los? Hier sind so wenig... Da, da, hier. Komm her. Dich benötigen wir. Löwenzahnwähler haben. Ich finde das so irritierend, dass hier Löwenzahn und Pusteblume zusammen, äh, angezeigt werden. Was ist das? Straußfahnenrisotto. Müssen wir eh einmal kochen. Okay, wir werden hier gerade von irgendeiner Sidequest abgelenkt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir da irgendwas Sinnvolles rausbekommen werden, aber... Wir tun es einfach mal. Das ist jetzt die Situation, wo das Rückkehrzepter tatsächlich mal ein bisschen Zeit sparen würde. Wobei wir natürlich dadurch dann, äh, das Pferd nicht mitnehmen können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Rückkehrzepter überhaupt worth ist. Im Vergleich zu den Obelisken. Weil mit den Rückkehrtotems wurde ich eigentlich bis jetzt immer bombardiert. Und, äh, indem du in der Schädelhöhle bist, willst du ja eh nicht zurück, sondern du willst eigentlich nur... ...schauen, dass, äh... ...dass, äh, dass du überlebst, bis du einschläfst. Gleiche Brühe. Da, ne, Fischeintopf ist das. Poi, Schneckengericht. Was brauchst du noch für das Straußfangrisotto? Öl. Pierre? Oder geht auch Trüffelöl? Pierre, ich benötige deine Dienste. Pass auf, Zucker, Weizenmehl. Reis. Öl. Essig. Machen wir dich für irgendwas? Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und was ist das Letzte, was er haben will? Forellensuppe. Das müsste gehen, oder? Ich weiß nicht, ob ich Forellen da habe, to be honest. Das liegt vielleicht besser als gedacht, aber vielleicht habe ich einfach unterschätzt, wie viel dieser Gegner im normalen Spiel aushält. Trotzdem muss er auch ein paar Jahren, die mir Sorgen machen und irgendwie hat es sich nicht ganz genau gleich angefühlt. Ja, ach, das sind halt so Sachen, bei manchen Entwicklern ich einfach nicht verstehe. Forellensuppe. Fisch-Eintopf, es sieht nicht gut aus. Fischsuppe. Hopp. Homa-Bisk. Obstsalat. Regenbogenforelle. So was ausgefallen, das besitzen wir doch nicht. Sonnig. Im Sommer. Wo soll ich die denn jetzt herkriegen? Okay, warte, was macht der Trashpander? Trashpander. 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 Okay, es war nicht Seasonal. Okay, aber wir haben unbegrenzt Zeit. Das ist nicht... Also wir können uns da irgendwo noch drum kommen. Haben wir das Ding eigentlich schon mal gekocht? Weil wenn nicht, müssen wir das ja eh noch machen. Ähm, kochen. Vor allem so haben wir auch noch nicht gekocht. Also das müssen wir eh noch erledigen. Ähm, wir können aber mal kurz gucken, was wir hier von den Sachen gerade kochen können. Ein Salat. Lea liebt das. Direkt jetzt mal ein neues Achievement freigeschaltet. Omelette, überwackener Blumenkohl. Essig, Pastinake und Tierprodukt. Warte, sind Eier keine Tierprodukte oder was? Hä? Sind Eier keine Tierprodukte? So, gebratener Tintenfisch. Fangkuchen. Brauchen wir auch für volles Frühstück. Die Eier sind vegan. Ja, wahrscheinlich. Rasierte Süßkartoffeln. Dann Paprikapapa haben wir bereits. Brot. Benötigen wir für drei Rezepte. Schokoladen-Torte haben wir auch noch nicht hier. Pinke-Torte. Rabarber-Kuchen. Spaghetti. So, damit können wir Papyrus jetzt glücklich machen. So, benötigen wir für... Oh, ich will es nicht einfach wegschmeißen. Auf die Gewahn, dass nochmal irgendwas irgendwer... ...was an zubereiteten Sachen haben will. Dann Sajimi-Maki-Rolle haben wir schon. Tortilla haben wir auch schon. Aubergine-Amesane haben wir schon. Es gibt im Pigment zwar einen Gegner, der intern den Namen Blackman hat. Okay. Meerschaumpudding. Algensuppe, gleiche Brühe, Lumpudding. Radieschensalat. Rombeer-Pastete. Broschetta. Schnauze-Rammi-Saut haben wir vorhin gemacht. Fischeintopf haben wir schon gemacht. Schneckengericht haben wir schon gemacht. Ginger Ale haben wir noch nicht gemacht. Poi haben wir schon gemacht. Zintenfisch-Ravioli. Moment, die Spaghetti. Die Spaghetti! Ähm, so, das kann rein. Hier, das kann rein. Äh, volles Frühstück. Das macht mir immer mal so ein bisschen Sorgen. Für das volle Frühstück brauchen wir beliebige Milch. Wir brauchen einen Spiegel, wir brauchen einen Kartoffelpuffer. Wo waren die Kartoffelpuffer? Wo waren die Kartoffelpuffer? Da. Da brauchen wir Kartoffeln für. Als ob wir keine Kartoffeln haben. Haben wir nicht mehr welche zur Seite gelegt? Haben wir keine Kartoffeln zur Seite gelegt? Das muss ich aber morgen noch ändern, dass wir Kartoffeln einpflanzen. Ich hätte schwören können, dass wir uns darum schon längst gekümmert hätten. So, ansonsten Eier, Milch können wir mal kurz nochmal rausholen. Trüffel können wir auch schon mal ein paar mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir die für irgendein Rezept brauchen. War das die große Milch, dass man da goldenes Ding schon rausbekam? Ich bearbeite jetzt Textdateien bis nachher. Also wirklich. Jetzt fühle ich mich aber ein bisschen gedisst. Geht ihr einfach Textdateien bearbeiten, während ich streame? Schnellabschöpfung... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist mit ADHS tatsächlich eine schreckliche Aufgabe Das kann ich nicht beurteilen Pass auf, das eine Ding, was gerade Tierprodukte haben wollte kriegen wir das jetzt noch Omelette Wo war das volle Frühstück? Spiegelei Ja, das können wir schon mal zur Seite legen Kartoffelpuffer Bei irgendwas ist das doch für ein Tierprodukt Tortilla Können wir auch schon Okay, brauchen wir einmal dafür Dann einmal hierfür Drei Glück, das ist geil Das soll man vielleicht mal im Hinterkopf behalten Milchreis Eis Nur Tierprodukt und Zucker Kürbissuppe Genau, Kürbis plus Tierprodukt War das das, was wir früher nicht herstellen konnten? Ah, die Schockendip Kürbisskuchen Adisien Salat Hey Stopp Pastete Broschetta Straußfangenrisotto Fischeintopf Schneckengericht Grabenkuren Haben wir noch nie selber hergestellt Sind wir im Hinterkopf gezogen? Klar Ja 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 Bo Mog Jak Genau Ja Ja Obwohl so wir müssen zu zu pierre danke demetrius so radioaktiver barren was können wir damit herstellen ein bisschen liefern müssen zwei sachen damit herstellen schneiderei true ja wie wieder absolut wirklich offensichtlich so wilder meerrettich benötigen wir nicht wo ist der jetzt auch die komplette die komplette jahreszeit dafür dafür zeit haben ich benötige jetzt auch für nichts mehr ist schon offen so wir können ja schon mal zum special order board insel fische insel zutaten 100 taro wurzeln damit von den kriegen wir doch immer so viele nachgeschmissen ich glaube dafür ist mir sogar eine kurze sternfrucht pause einlegen ich weiß gar nicht wie lange die taro knollen brauchen aber jetzt wo wir gerade eine sternfruchternte anstehen haben können wir mal kurz das zwischenschieben wieso kann gas schon reingehen bevor ich reingehen kann das ist nicht fair und in diesen zehn minuten hat das gas nicht einmal zum regal geschafft wow wir können noch das letzte inventar aber ehrlich gesagt habe ich gar nicht so den bedarf dafür und ich will nicht so viel geld ausgeben eine million oder was das war so die frage ist wir haben ja durchaus die setzdinge glaube ich behalten ich hoffe aber ich glaube es war nicht 100 stück so 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 Untertitelung. BR 2018 So, die Piratengräuße ist jetzt aber noch nicht, immer noch nicht so weit, ne? Ich weiß nicht, wo die ist. Hier! War das vorhin schon? Ich glaube, um die Zeit ist, wir müssen abends hier hingehen, ne? Aber wir können schon mal den einen Fisch hier rausangeln. Gibt es nicht auch andere Hüte oder nur den Strohhut? Es gibt sehr viele Hüte im Spiel. So, der letzte Fisch, der uns fehlt. Dann haben wir endlich das Meisterangler-Archievement. Wow, der Fisch wehrt sich auch ganz schön. So, Meisterangler. Stachelrochen. Es gibt nichts, was ich damit tun müsste. Okay, ich denke mal, dass wir dann die Piraten erst abends finden. So, jetzt kommen einfach hier, kommen einfach random Leute noch hier hin. So, pass auf, Taro-Knollen. Wie viel haben wir davon? Plötzlich so von den, äh, von den Sitzungen. 63. Dauert, braucht 10 Tage. Wir müssen hier mit Speed-Grow arbeiten. Aber wir haben gar nicht genug davon. Warte. Dann bezahlen wir eben nochmal. Aber das Luxusgeschwindwachs benötigen wir so oder so. Und die Sternfrüchte wollen wir, wie ich, wollen wir die hier ab anbauen? Doch, ist okay. Aber wir kaufen noch mehr von Pierre. Ist zwar, ist zwar teurer als in der Oase, aber ist jetzt so. Und das ist claw. Und dass wir wichtig sind, äh, von den Nein! Warte, wir können es zurückkaufen, ne? Das bin ich schon immer froh. Ich bin schon immer froh, wenn wenigstens das geht. Dass man wenigstens seine eigene Transaktion rückgängig machen kann und nicht es dann wieder zurückkaufen muss für den Originalpreis. Wobei, ich weiß nicht, ob der gepatcht wurde, aber es gab ja mal diesen Exploit mit der Reskill-Statue, dass du Pierre den Wein verkaufst, wenn du nicht den Artisan-Skill hast, dass das 40% mehr wert ist. Oder ne, du verkaufst es ihm, glaube ich, mit dem Skill. Reskillst dann, kaufst es zurück und verkaufst es ihm dann wieder. So, hallo Leo. Warte, für dich haben wir eine Entenfeder. Die findest du doch so toll. So, hallo Leo. So, pass auf, wie war das? Der Dünger hält ja eine gesamte Saison, also unter Umständen können wir sogar mit einem Dünger beide Ernten durchziehen, wow, das zählt sogar, warte, benötigt, aber sie brauchen, aber sie brauchen Wasser, oder? Kann sein, dass es total Waste ist, was ich hier mache, ich hoffe, also wenn das, sind das welche, wo man mehr als einen rauskriegt? Ist das so? Das müsste ich jetzt mal kurz wissen, Taro, Root. Brauchen kein Wasser, wenn sie, wenn sie, na super. Das hätte ich mir auch mal... Kriegen sie mehr als... das sehe ich hier nicht, ob man mehr als einen rauskriegt. TaroTuber Ok, aber es steht nicht, ob man mehrere rauskriegt, schade. Also sonst hätte ich einfach mal, hätte ich einfach mal hier das bei der, bei der Dings mal einsetzen können. The more you know. Dann nutzen wir noch gerade das Luxusgeschwindwachs. Ich frage gerade, ob die stacken. Weil das wird dann schon in fünf Tagen fertig sein, aber das erleben wir sogar noch in diesem Stream. Und dann... ... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Oh, sie haben einfach meine Sternfrüchte zerstört. Das geht doch nicht. Spiel. Nicht meine Sternfrüchte, meine Ancient Fruit. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. So, was war's, dann machen wir mal kurz hier Platz. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ähm, so. Oh. Das geht doch nicht. Ich bin mal gespannt, ob dem ist der Krieg fest. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. To be honest. Ähm, wir müssen hier auf jeden Fall mal ein bisschen Platz lassen. Wobei, warte, warte. Wie viele Ancient Fruits kriegen wir hier gerade raus? 44. Und dann behalten wir mal irgendwie die 3. na so so das braucht neun tage einmal zu Mr. Key und dann zur Piratenbucht ich hoffe das passt zeittechnisch wir fahren aus der Tiefe schon wieder warte prismatische Anzeige was passt da alles drunter ähm keys prismatic challenge ja ok warte wir müssen nicht ok warte orange können wir die sind ok das ist alles äh entweder käuflich oder ok 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 das heißt wir müssen zum Starjob Saloon wir müssen ein Kopfererz haben wir so pass auf das sind schon mal 100 Orangen so lila haben wir mit Bugmeat grün können wir mit Fasern abdecken gelb mit ZEP das heißt das haben wir dann aber auch mal was davon rot mit Spaghetti und blau mit Georgia Cola so hier sind wir jetzt der Perfektion Tracker wir sind bei 50% aber gut das ist auch ziemlich willkürlich wie die Aufteilung ist 18 goldene Walnüsse fehlen uns noch so einen Starjob müssten wir jetzt noch müssten wir sowieso noch über die morgen kriegen also ich würde auch sagen dass wir schon deutlich weiter als 50% bei Perfektion sind aber ne die Sachen sind halt unterschiedlich gewichtet die Sachen sind halt und die Sachen sind halt So, pass auf. Hier gab es irgendwo eine goldene Walnuss. Ähm. Okay, ja. Ich weiß auch wo. Hoch. Nicht überzeugend. So, pass auf. Jetzt müssen wir nur noch einmal Dart spielen. Genau 301 Punkt. Ähm. So darf ich es mit weniger erreichen. 50. Nein, nicht 11 mal 2. So, kann man nur eine? Okay, sogar dreimal. Okay, das hast du jetzt noch einmal machen. Innerhalb von 15. Das klang tatsächlich erstmal komplizierter als es ist. Vor allem bei unserer Farmer hat er einigermaßen gut mit den Darts ist. Klingt wie Among Us, was? 20. Und 6. Mit neun Würfen. So, mit zehn. Meine sechs Würfe sind nötig, würde ich behaupten, oder? Wobei hier oben... Wobei es gibt 60 Punkte, glaube ich, für den dreifachen Ring da, ne? Wenn man auf der 20 trifft. Das Wohlseis tatsächlich nicht mal das wertvollste, glaube ich. So, und jetzt sechs Punkte. So, mit neun Würfen. Es wird spät. So, mit neun Würfen. So, mit neun Würfen. Ach ja, Creative. Ich habe übrigens gerade Post bekommen, ne? Von so einem gewissen Entwickler, der von so einem komischen Typen angeschrieben wurde. Russell Forst. Ja, also, sagen wir, ich habe jetzt die Version. So, mit neun Würfen. Ach. Wenn man hier nicht Okayo Takkai. Sorry. Wir müssen gleich mal gucken, was die Qui-Gems, was wir damit kaufen können. So, aber, hachts. So, rot kriegen wir aus dem Star-Drop-Saloon, blau kriegen wir mit Joja-Mart, Kupfererze haben wir reingelegt, Backmeat. Backmeat haben wir, glaube ich, gar nicht so viel. Doch, 100 Stück können wir uns rausnehmen. Und dann haben wir hier einmal schön Buy Your Colors Combined. Ach ja, ein Star-Drop. Übrigens hier nennen sie es Sternenpfeilfrucht, dann nennen sie es beim Perfektion-Tracker, nennen sie es dann irgendwie Sternentropfen. Also, begriffliche Konsistenz ist nicht vorhanden bei dem, äh, bei der Übersetzung. Okay, ich dachte schon, der Junimo ist jetzt hängen geblieben. Ah, das ist es für ein Verwaltung. Oh, wir können hierher. Oh, wir können hierher die Musik-Tapel besuchen. Ach, da. Wir sind vor allem, der Verwaltung. Oh, wir können hierher die Musik-Tapel wegnehmen. Oh, wir können hierher sein, dass wir uns dann, dass wir uns in den damit haben. Wir können hierher kommen, oder意 C-Tapel, oder gucken wir uns? Oh, wir können hierher kommen. Oh, wir können hierher kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, 89, okay Ich glaube ein paar Sternfrüchte werden wir doch noch kaputt machen müssen Ähm... Sardio Valley Oder aus Frühlingssaat, kann auch in den Bergen gefunden werden, aber... Habe ich bis jetzt nicht so viel Glück gehabt Musik 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 Also man sieht jetzt eher nicht so aus, als äh... Gelbes hier Lauch Musik 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 Wir könnten auch eigentlich mal das Community Upgrade in Auftrag geben, das für das Haus für Pam, aber im Moment möchte ich das Geld eher noch behalten. Ich finde es auch erstaunlich, dass man das nicht für Perfektion braucht. Aber gut, ich finde es vielleicht besser so, weil manche Spieler vielleicht sagen, ich will Pam gar nicht helfen. Ich kann sie nicht ausstehen. Ab 12 Uhr kann ich hier rein, aber Gas ist nicht hier. Wieso ist Gas nicht hier? Muss ich jetzt allen Ernstes einzeln die Joja Cola kaufen? Das ist doch katastrophal. Vor allem ist es auch noch, dass ich das Einzige, was er als Empfehlung ausspricht. Na gut, ich kann dir doch Ancient Fruits da reinlegen, aber das sehe ich nicht ein. Ist kein Bug, ist ein Feature. Ist jetzt halt wie beim Schach, du bist jetzt halt der König, du kannst selber eigentlich gar nichts. Ich rufe das, heiße Angst, purchased, schicke Palli, doch immer ganz schnell Accompanen der Stadt cleaning Max undachten familieschen. Ich habe keine Möglichkeit Hwech, is das die Kenntag habe. Tch, Yack, was ich meinem tutaj? Wieso Alg category aus? eller und, was sportivbar zuvor ist. Jetzt die No-No-Pigmin-Challenge. Ohne Pikmin geht das wirklich gar nichts mehr. Warum überrascht mich eigentlich, dass es eine No-Pigmin-Challenge bei Pikmin gibt? Die ist wahrscheinlich auch noch wirklich schaffbar, oder? Das gibt keine No-Pigmin-Challenge, das wäre nicht schaffbar. Aber es gibt bestimmt eine Least-Pigmin-Challenge, oder? Boah, das ist übrigens gerade total aufregendes Gameplay. So, einer noch. So, 100. Ist Gast jetzt endlich mal da, wo er sein soll und macht seinen Job? Nein, natürlich nicht. Gast ist wahrscheinlich beim Beach-Resort, oder? Ich kann jetzt gar keine Pizza von ihm kaufen. Was können wir noch nehmen, was rot ist? Erdbeeren haben wir jetzt aber gerade nicht auf Tasche. Cranberries. Müssen wir halt 100 von denen opfern. Das fragen sich auch einige, was die Anführer eigentlich vorhatten, wenn sie auf den Planeten angekommen sind. Die hatten ja nicht geplant, auf die Pikmin zu treffen. Äh, ja, das sind halt so die Probleme mit der, äh, Fig-Pikmin-Lore. Ja. 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 Ernsthaft? Du Sack. Jetzt ist er hier. Gehen die überhaupt ins Resort, wenn ich hier bin? Und ich mache mir hier Sorgen und gehe extra noch Cranberries holen? Ich meine, das spart mir jetzt Geld, aber trotzdem. Wie unnötig. So, Willy einmal herbeamen. Wann ist eigentlich der Blumentanz? Ich habe den schon wieder komplett verdrängt. Also ich glaube, wir werden nicht mehr in diesem Stream heiraten, aber... Ich weiß gar nicht, ob wir in diesem Stream überhaupt noch den Blumentanz erleben werden. Ja, super. Jetzt ist natürlich... Warum mache ich eigentlich extra Dünger in dem Boden, wenn dann bereits nach einem Tag die Hälfte schon wieder weg ist? Danke, Spiel. Weiß ich absolut zu schätzen. Dieses Pikmin-Challenge gibt es aber nicht so spektakulär. Ja, das ist ziemlich offensichtlich, dass das Minimum ist ein Pikmin. Einziger Liter schwerster Teil 50 Pikmin. Warum haben wir 50 Pikmin, wenn man keins verliert? True. Ja, das ist wahrscheinlich... Außer natürlich... Ich weiß nicht, ob irgendwie weit es da Speedruns, Strats gibt. Wobet du Sachen skippen kannst. Aber da ja am Ende eigentlich die große Checkliste kommt, zweifle ich es mal. Oh, 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 oh. Das muss man, wenn wir jetzt ein rotes, gelbes und blaues haben, würde diese Arten sonst aussterben würden. So, haben wir noch eine Drei... Moment, die können aussterben? Excuse me? Boom. So, Junimo-Kiste, aka die Ender-Chest-Verarme. Da ist die Pferde-Flöte. PS Verlorene Lagerliste. So, der Hopper ist, äh, ein Witz im Vergleich zu, ähm, zum, äh, dem, was, äh, was in Minecraft gewohnt ist. Schlüssel zur Stadt. Er wirklich zu jeder Tageszeit den Zugang zu allen Gebäuden in der Stadt. Ich weiß nicht, wie nützlich das ist. Weil wenn die Leute nicht an ihrer Kasse sind, kannst du halt auch nichts kaufen. Aber könnte vielleicht für NPC-Interaktion ganz gut sein. So, dann haben wir ein paar Rezepte, die wir noch im Laufe der Zeit brauchen. So, Pierre ist verlorene Lagerliste. Sollen wir die mal holen? Wir warten mal noch, bis wir mehr Kree-Gems haben. Ein Pikmin kann man nicht sehen, wenn man über eine Art eingesammelt hat. Ja, das ist ja das Ding. Wobei Speedrunner ja alle möglichen Sachen finden, die eigentlich, äh, komplett dem Sinn des Spiels widersprechen. So. Wie nutzen wir jetzt die Zeit? Die hier sind in zwei Tagen soweit. Aber ansonsten sind wir eigentlich gerade nicht wirklich an einem Punkt, dass ich sagen würde... Können wir Leo noch was schenken? Ja, können wir. Dann kriegt er noch eine Mango von uns. Die Frage ist, wo steckt Leo gerade? Pikmin können ausstecken. Aber kann dann, äh... Kann man da nicht, äh, kann man da nicht an einen Punkt kommen, wo das Spiel im Prinzip nicht mehr schaffbar ist? Einfach, weil du die, die richtigen Pikmin-Arten nicht mehr bekommen kannst? Ja, das wäre schon sehr krass. Ein Muschelstein am Ufer. Ja. Wo ist Leo? Oh! Wenn man eine Pikmin Extinction bekommt, dann, äh, 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 dann bekommt man wieder einen Pikmin und das Spiel weiß dann darauf hin, wie scheiße man ist. Wow. Das ist ja auch so etwas, das hat ja hier wohl nicht hier in dem Spiel ja, äh, ziemlich entschärft, aber ursprünglich war es wohl in alten Spielversionen und so, wenn du halt wirklich gar nichts gemacht hast, dann hat irgendwie dein Großvater dann bei der Bewertung am Ende vom zweiten Jahr halt irgendwas gesagt, so von wegen, ja, ich hätte die Farm besser meiner anderen Enkel, äh, vererbt. Und irgendwie waren Leute davon wohl ein bisschen offended und dann hat, äh, der Entwickler das irgendwie wohl ein bisschen runtergeschraubt, dass er dann im Prinzip nur sagt so, äh, ja, wenn du glücklich bist, dann bin ich auch glücklich, auch wenn es nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe für dein Leben und es ist nicht halt ein bisschen lame? Wieso geben diese blöden Dinger keine, keine Dinger? Es stört, es ist kacke. Also ich habe das Gefühl, an diesen Artefakten werde ich lange hängen. Aber das wird halt mega kacke mit Perfektion, weil ich, ich will halt schon auch halt das Ende zeigen. Ja, Pikmin ist eiskalt, das stimmt. Also das Ende vom ersten, wenn du es nicht schaffst, ist ja auch, äh, nämlich krass. So, Geschenk für George. Die Lauchstangen. Ich habe das Gefühl, dass wir da unter Umständen nur mit durchkommen, wenn wir, wenn wir, wenn wir es schaffen, dass, äh, wir die, hier die Dingssamen nochmal machen, die Frühlingssamen. Ähm, pass auf, Crafting. Stimmt, die Flötenblöcke, das habe ich immer noch nicht gemacht. Aber ich glaube, muss es dafür, muss es dafür nicht, muss es dafür nicht regnen? Es muss regnen auf der, auf der, der Insel, okay. Ähm, ja. Eine Narzisse. Löwenzahn, Larzisse, aber das reicht nicht für die Saat. Das ist Reissprost, das, ich habe erst noch ein paar Taro-Knollen hier. Auf den fernen Insel wird es morgen den ganzen Tag, äh, Pikmin war einfach so, ja sei gut, äh, stirb und fang das Spiel von vorne. Ja gut, Nintendo Hard ist halt nicht, äh, ist nicht ohne Grund ein Thema. In den fernen Inseln wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein, oder was auch sonst, es ist, es regnet ja fast nieder. So, wir müssen uns um diese eine Quest kümmern. Oh, viele Trüffel. Well, da ist ja, oh, Taro. Fit. Das war's für heute. Abwägung mit drei Hit-Nintendos würde ich jegliche Schwierigkeiten entfernen. Ja, man merkt leider bei ein paar Marken, dass die so ein bisschen entkernt wurden. Also Animal Crossing, also ganz ehrlich, Animal Crossing New Horizon, ganz ehrlich, so mein Verlobter spielt es. Und ich meine, er kennt halt die Originalteile nicht, aber man ist teilweise selig. Das, was die alten Teile gut gemacht hat, ist halt komplett weg. Weil die Spieler wollten halt mehr die Insel gestalten können, was ja auch okay ist. Und Nintendo hat einfach gesagt, okay, du bist jetzt einfach Gott auf dieser Insel und es passiert nichts, ohne dass du zustimmst. Das und dann kamen noch einfach so zweifelhafte Entscheidungen, wie das ja unbedingt ein Crafting-System rein musste mit Werkzeughaltbarkeit. Ich denke erstens, was fügt das jetzt dem Spiel hinzu? Und vor allem, dann haben sie auch noch die goldenen Werkzeuge. Weißt du, das waren so Dinger, die waren im besten Fall entweder Prestige oder du hast irgendwie halt, hatten irgendwie ein kleines Perk oder so. Ja, was du weißt, dann irgendwie kriegst du alle Fische gefangen hast, hast eine goldene Angel bekommen. Die goldene Axt, wohlgemerkt, deren Ding war, dass sie nie kaputt geht. Und selbst diese goldenen Werkzeuge gehen jetzt kaputt. Und du kriegst sie in den meisten Fällen auf total langweilige Weisen, weil dann irgendwie, ja, wenn du irgendwie 30 Äxte kaputt gemacht hast, dann kriegst du das Rezept für die Gold. Und ich denke mir so, das ist so lame. Aber da war high, wir können jetzt, wir müssen jetzt irgendwie ständig, alle paar Stunden geht dein Kescher kaputt und dann darfst du erst mal wieder nach Hause laufen und dann total umständlich dir einen neuen Kescher craften. Das hätte nicht sein müssen. Besser wird, ich verstehe manchmal Nintendo echt nicht. Weil manchen Sachen halten sie wirklich, äh, die total Spielerunfreundlich sind, halten sie auf Biegen und Brechen fest. Und Sachen, die total sinnvoll wären, da weigern sie sich dann, äh, die mal einzuführen. Klick mal 3 auf der Wii U, wo du dafür kritisierst, wie einfach das, ich kann mal das Switchboard. Wo ist das natürlich noch einfacher gemacht. Wir werden auch, wie nachlässig Nintendo einfach mit der, mit Pokémon ist. Aber gleichzeitig ist das halt die Firma, die mit am aggressivsten, äh, halt, äh, gegen ihre eigenen Fans vorgeht, wenn die mal irgendwas machen, was Nintendo nicht passt. So, sie sind auf der einen Seite so, ja, unsere Spiele sind Kunst, unsere Spiele sind zeitlos, unsere Spiele werden nie billiger. Aber auf der anderen Seite sind sie so, wir geben uns keinerlei Mühe, dass, äh, unsere Spiele auch, äh, noch in 10 Jahren spielbar sind. Und, wenn die Konsole, für die sie ursprünglich erschienen ist, halt, äh, den Weg der Dinosaurier geht. Oh, komm, das ist kein Spiel, sondern Experiment, wie weit Kapitalisten gehen können. Ja, vor allem, wenn ich dann sehe, dass, äh, die neuen Pokémon-Teile noch echt so, noch so krass, also wirklich noch in den Top 10, selbst von Nintendo-Games sind. Ich denke mir so, Nintendo produziert ja teilweise echt gute Sachen. Aber da, aber, so merkst du halt dann auch, es ist, äh, nicht mehr das, was es, was es früher war. Also, Nintendo war jetzt auch nie wirklich die, äh, die Engelsfirma, aber... Genau, man merkt halt, wenn, wenn, äh, halt, die Leute mit der Leidenschaft halt nicht, irgendwann nicht mehr das Sagen haben, sondern die Leute, die, äh, die halt die Gewinnoptimierung betreiben und dann wird's halt, äh, grundsätzlich immer... Immer, äh, kundenunfreundlicher und so. So, hab ich jetzt... Okay, das ändert die Mine, genau. So. Was ich jetzt aber machen wollte, ist, äh, die Iridium... Ich wollte mal ein paar Kristall... Die Kristallarien wollte ich, äh... Ich hab noch keinen einzigen Lauch gefunden. Okay. Ich hab noch keinen einzigen, äh, äh, keins einzigen Lauch gesehen. Weißt du, komm, haben wir diese Scheiß-Quest? Kommt keinen Lauch. Okay. 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 Das Ding ist, das ist aber auch etwas, was auch die Entwickler füttern. Das ist halt das Traurige dran. Aber ich denke mir, wenn du ein Spiel nur für die Switch entwickelst, hast du halt echt keine Ausrede. Das nicht auf die Switch anzupassen. Und wenn du ein Spiel halt auch dann auf die Switch portierst oder meinst, es unbedingt auch auf der Switch releasen zu müssen, dann hast du halt auch eine Verpflichtung, dich an die Switch anzupassen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Third-Party-Entwickler, dass die es absichtlich machen, um halt dem Ruf der Konsole zu schaden. Ich weiß nicht, ob das sich so lohnt. Aber weil die können halt immer sagen, wenn das Spiel auf der Switch scheiße läuft, ja, das ist die Switch schuld. Wir haben halt die Switch nicht zur Lead-Plattform gemacht, sonst noch sonst irgendwie die Mühe investiert, dass das Spiel auf der Konsole läuft. Weil du kannst eigentlich fast alles überall laufen lassen, salopp gesagt. Wenn ein Spiel auf einer Konsole nicht läuft, ist es in 99 Prozent der Fälle schuld der Entwickler. Ich frage mich auf auf Nintendo, dass du das lässt. Ja, bei First-Party-Titeln verstehe ich es recht nicht. Aber ich sage mal so, der eShop hat auch ein ziemliches Shovelware- und Asset-Flip-Problem. Okay, also ich weiß nicht, ob die letzten zwei Videos von James-Stephanie Sturling, sorry, nicht Deadname hier, gesehen hast. Da ging es genau darum, weil da war jetzt einfach ein Spiel drauf. Das hat jetzt auch Sony interveniert. Und das mit seinem Marketing-Material einfach diesen Eindruck erweckt hat, es sei ein Port von The Last of Us. Und es hat halt irgendwie eine der zwei Figuren im Spiel, sieht halt auch vage so aus wie Ellie, aber auch wirklich nur vage. Und ja, es ist halt eigentlich so ein 30-Minuten-Spiel, was eigentlich vorne bis hinten nicht funktioniert. Und dafür will er halt irgendwie 10 Euro. Und das ist halt auch bewusst irgendwie ähnlich benannt. Ja, und das ist einfach komplett grausam. Und das ist halt noch mit eigentlich das Beste, was da dabei ist. Und da sieht man einfach auch, da hat der Nintendo eShop echt ein krasses Problem. Vor allem, du hast wohl keine Suchfunktion bei dem Ding. Du hast keine ordentliche Sortierung. Du wirst, also der eShop wird komplett mit diesem Rotz überschrittet und du findest die guten Spiele nicht. So, Nintendo war mal, die Firma, die hatten mal dieses Nintendo Seal of Approval. Wobei das wohl anscheinend auch nur ausgesagt hat, dass das Spiel wie 24 Stunden auf der Konsole gelaufen ist, ohne dass sie abgestürzt ist. Aber, ne, es wird halt dieser Eindruck erweckt, wir legen Wert auf Qualität. Hm, scheiß tun sie. So, irgendwie kommen wir gerade nicht weiter mit der Lösung. Und das Problem ist mit dem Lauch. Was ist das denn für ein Siegel? Das war wie auf allen Spielen drauf, die früher für Nintendo-Konsolen erschienen sind. Hey, die Spiele crashen nicht von alleine, das ist deren Standard. Ja gut, das war wohl auch, das hat halt bei den alten Konsolen noch irgendwie Sinn ergeben, dass da irgendwie keine, wahrscheinlich keine Memory-Leaks drin waren und nichts, was die Konsole grillt. Okay, wir müssen einfach mal echt hier ein bisschen sauber machen, glaube ich. Also nochmal friendly reminder an alle, Spieleentwickler sind nicht eure Freunde. Und es hat wenig Sinn, da irgendwie eine Loyalität zu haben. Bei einem Indie-Entwickler, irgendwie bei einem Ein-Personen-Studio, da ist genau ein Lauch. Bei einem Indie-Entwickler, da kann man vielleicht nochmal drüber reden, aber halt nicht so weit, wie eine bestimmte Größe vorhanden ist. Und vor allem nicht bei Firmen der Größenordnung. Aber Moment, wie lange braucht die denn zum Wachsen? Ja, es variiert, glaube ich auch, ne? Hm? In sieben Tagen. Das ist doch Blödsinn. Die Fische sehen glücklich aus. Ja, danke, aber es bringt nichts, wenn die nichts produzieren. Warte, nur mit Fasern können wir die Grasstarter schon craften. Dann tun wir das doch mal gerade. Trüffelöl, benötigen wir das noch für irgendwas? Weil wenn nicht, können wir es verticken. Dann können nämlich die Mangos da unten den Platz einnehmen. Ähm, so. Dann gehen Lacheng. Dann gehen wir die Frischung. Dann gehen wir aus dasuter. Dann gehen wir weg. Dann gehen wir weg. Dann gehen wir hin. Und wir haben khces dringender Wirt. Das war's für heute. Was haben wir jetzt mit der pinken Torte? Wieso tragen wir pinke Torte bei uns? Hayley, Jazz, Marnie, Vincent. Wer fehlt uns überhaupt noch? Kent, Zwerg, George, Pierre, Abigail, Carolyn, Alex, Leo. Alex, Leo. Alex, Leo. Alex, Leo. Eierfest. Der Blumentanz ist tatsächlich erst am 24. Wir heiraten erst im nächsten Stream. Okay. Das war ominös. Das war's. Ähm, wie sieht's mit... Haben wir noch Regentotems? Ein. Wow, ein Omelett. Das war's. Das war's. Hallo? Hallo? Früher leicht. So. Einliefern, das war's. Kaviar hatten wir ja schon, ne? Das haben wir ja, glaube ich, schon für Dings gemacht. Oder? Weil wir können Kaviar nicht geliefert haben. Verschickte Gegenstände. Bier. Da wollen wir Weizen führen im Fass. Naatholz haben wir nicht verschickt. Käferfleisch auch nicht. Große Ziegenmilch. Kaviar. So, wir machen mal grad ein extra Einmachgefäß und extra Fass. Reifefass, Fass. Einmachgefäß. So, wir machen also Kupferbahn, Eisenbahn, Eichenharz. So. 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 Wir müssen einfach mal grad ein paar Kleinigkeiten über... äh, äh, die Quest ist nicht so spannend wie vielleicht die Höhle oder so, aber es ist halt... ...notwendig. So. 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 Genau! So. So. Okay, davon muss nichts mehr verschriftet werden. Ähm, Banane? Großes Ei? Ei? Was? Wieso zeigt der mir das nicht an? Ich muss das nicht verstehen, oder? Straußenei? Ja, wir wissen sowieso nur diesen Inkubator craften. Schleimbrutkasten. Wo ist denn der? Okay. Hopfen. Ja. Das bräuchten wir auch noch. Helles Bier. Bier. Eingelegtes. Haben wir nicht vertickt? Kohle. Warte. Okay, jetzt zählt auch das Ei als, äh... Ne, es zählt nicht. Wo ist das Ei? Oh, okay. Weiße Hühnereier. Okay. Warum kriegen wir denn keine weißen Hühnereier? Gaviar. Gaviar, gealterter Fischleich. Met. Feenrose. So, auf die packen wir mal kurz in den Kühlschrank. Mohnenmuffin. Hier. Teeblätter. Warte, wie konnten wir nochmal Tee craften? Teebäumchen. Drei. Ich bin noch 20 Tage um zu reifen. Produziert Teeblätter während der letzten Woche jeder Jahreszeit außer im Winter. Wirklich beliebige wilde Samen. Haben wir noch irgendwo wilde Samen? Das heißt, wir brauchen mehr wilde Samen. So, dann brauchen wir noch... Hilfe. Radioaktiver Barren, radioaktives Erd. Das haben wir grundsätzlich. Müssen wir nur mehr von haben. Käferfleisch. Ich glaube, jetzt sind wir noch ein paar Jahre alt. Gerade wäre die Liste von Pierre potenziell doch ganz sinnvoll, da wir dann auch schon ein paar Sachen vorbereiten können im Gewächshaus. Ich glaube, wir müssen ja gerade mal ein bisschen aufräumen, damit wir hier potenziell Sachen zum Ernten spawnen können. Mit dem Stein und mit dem Holz mache ich mir jetzt nicht die Mühe. Ich freue mich, dass ich einen kostenlosen Prime-Surf habe. Dankeschön! So, jetzt müsste ich das Pferd schon wiederholen. Da wäre jetzt die Pferdeflöte geil. Also, ich freue mich auf den Entscheidungen und dann auch die Pferdeflöte hochladen. So, jetzt habe ich jetzt ein paar Sachen. Komm schon, mal ein bisschen Lauch. Es kann doch nicht sein, dass das alles spawnt, aber nicht das eine, was wir brauchen. So, was muss noch? Okay, nur noch die Dinos. So, dafür müssen wir in die Schädelhöhle. Können wir euch mal gucken, ob wir schon mal einen der Obelisken bauen können? So, dann können wir in die Schädelhöhle. So, dann können wir in die Schädelhöhle. So, tschüss, ja du. Papers, wir sehen uns gerade für nur 1,80, das ist echt günstig. Ich würde ja fragen, ob ich nochmal Papers, äh, ob ich mal Papers, please streamen soll, aber ich bin bei dem Spiel erstens komplett raus. Was vielleicht auch gut ist, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, die Zeit, ich komme in meinen Stream, ist dort sowieso schon endlich hinterher. Und eigentlich will ich auch mehr Minecraft streamen im Moment, weil ich gerade voll Bock habe. So, ich würde gleich sagen, nächster Halt ist die Schädelhöhle. Wir müssen aber unbedingt mal das Inventar ein bisschen aufräumen. Ring von Joba ist 5 Eisenbarren, 5 Goldbarren und ein Diamant. Und Riodenbrecher. Zwei Goldbarren. Lass, du hättest mal wieder einen Job. Genau, Glory to us, Dotzka und so. Hat das Spiel euch eine deutsche Übersetzung? Weil ich würde nicht alles live übersetzen wollen. So. Ja, das ist gut. Genau, das Spiel ist im Sale. Das hat nämlich der Entwickler heute bei Mastodon geschrieben. Ähm, das Spiel hat heute seinen zehnten Geburtstag. Deshalb. So, hier ist kein Soapstone dabei. Mal. 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 Das sind nur 30, nicht 50 pro Ding. Wir wollten nachschauen wegen der Obelisken. Oder ich wollte es nachschauen. Wo sind denn die, die Wizard Buildings? Ich brauche gerade mal irgendwie die Liste mit den. So, Earth Obelisk, es wäre möglich. Water wäre auch bestimmt möglich. Desert, Iridium Bar, Cactus Fruit, Coconut, eine Million Gold. Ja, das könnte man eigentlich mal investieren. 20? 10 Kokosnüsse, 10 Kaktusfrüchte haben wir. Dann können wir nämlich die Warp Totems für die Wüste auch endgültig in Rente schicken. Hm? 10. 10? . 10. 11. So, ich frage mich ganz ehrlich, wie viel allein das Ding schon für Perfektion macht. Leider passt hier nur ein Ding hin. Ach, wir können heute sogar alle hier hinpacken. Vorteil ist natürlich, wir sehen da nicht mehr die Knochenmühlen, also, ist kein Vorteil, aber, ne? Vielleicht sollten wir die Knochenmühlen mal zu der Ausgabenstätte hinstellen. So, wir sehen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Geister sind Leute gut drauf. Morgen ist das Eierfest. Ganz ehrlich noch mal zum Eierfest gehen ist ein bisschen unnötig. Warte, die Teleport Totems für die Wüste benötigen wir nicht mehr. So, Diamanten. Evelyn. Jodie. Zumindest die zwei brauchen halt noch. Hier sind wir in Tarslops, haben wir. Trotz des diversen Shits, den wir mit uns rumtragen. Wir können sogar eine Glücksmahlzeit essen, wenn wir wollen. Eierfest. 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 Ach warte, die verkauft sie nur dienstags, ne? Oder wie war das? Pismatische Scherbe, wenn ich ihr will. Ich hätte natürlich auch Dinger kaufen können, ähm Bomben. Omnigioden! So, vier Stück auf einmal. Oh nein! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es gibt ein weiches Zeitlimit von zwei Jahren, aber ich habe von Anfang an gesagt, dass ich für Perfektion das nicht vorhabe, einzuhalten, weil ich dafür nicht die nötige Spielerfahrung besitze. Und das Ding auch eigentlich als Chillout-Projekt gedacht war. Das Zeitlimit mit den zwei Jahren ist halt das, wenn dich dann dein Opa aus dem Jenseits beurteilt. Aber das hat eigentlich keine Spielauswirkung, bis auf das, wenn du es halt perfekt löst, also die Voraussetzungen erfüllst. X3, diese Statue, die die Iridium jeden Tag schenkt. Das ist aber auch alles, was dann passiert. Ja, weil ich dann auch mal was anderes spielen kann. Ich habe halt im Moment nur zwei Stream-Slots, die ich realistisch füllen kann. Also nicht, wenn ich auch noch andere Sachen machen will. Also wenn du ein Vollzeit-Streamer bist, der auch YouTube eigentlich nur höchstens die Vots hochlädt, dann ist es auch was anderes, wenn du halt jeden Tag streamst. Abgesehen davon frage ich mich bei manchen Streamern auch, eigentlich habt ihr keinerlei Verpflichtungen außerhalb des Streams. Also auch keine persönlichen, also... Ja. Wenn das in einem Stream nur eine Sache machen darf. Ähm, die Zeit, weil, ähm... Also, ich versuche ja schon bei Stardew Valley hier möglichst mal eine halbe Jahreszeit pro Stream hinzukriegen. Das habe ich auch bis jetzt nur einmal nicht geschafft. Bzw. gut, ich habe es dann in zwei Streams nicht geschafft, weil ich es halt... Weil ich den Winter ja dann auf drei Jahreszeiten aufgeteilt habe und dann konnte ich halt nicht noch woanders dranhängen. Aber danach fange ich nicht noch ein anderes Spiel an. Nicht im gleichen Stream. Und dann soll ich bis drei Uhr nachts streamen. Wie beim Siedler-Long-Play. 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 Ja gut, ich finde halt selbst, wenn du Vollzeit machen kannst, was ich wahrscheinlich sogar theoretisch gerade könnte. Du hast keine Familien treffen, wo du hin musst? Deine Familie unternimmt nichts mit dir? Du bist nicht in einer Beziehung, in der du irgendwelche Verantwortung oder Pflichten hast? Vergiss deine Familie. Ja gut, ich meine, manche Leute haben Familien, die sie vergessen wollen, aber Streamen dafür so das beste Mittel ist, weiß ich auch nicht. Warum sind da besser gerechnet? Oh, jetzt geht es aber los. Huch. Okay, jetzt gab es gerade wieder im Moment keine Reaktion. Wetterbericht. Morgen wird es den ganzen Tag klaren, soll nicht sein. Mhm. Hm? 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 Ich bitte nicht. Pass auf, den Honig holen wir uns mal gerade für Mähd. Während es meine 3 Uhr morgens war, ist er einfach mal irgendwo tief in die Schädelhöhle reinmarschiert, der Marlon, dass es auch überhaupt nichts hat. Die Schädelhöhle lives im Englisch. Die Schädelhafter muss nun die Schädelhöhle sein, die die Schädelhöhle gibt. Der Schädelhöhle ist im Englisch. Die Schädelhöhle ist immer im Englisch. Die Schädelhöhle ist immer so schön. Dann können Sie die Schädelhöhle sein. so für eine ladung reicht das noch so Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann haben wir hier So, dann gehen wir auch mal in der Iridium in die Öfen Was? Nein, hier wollte ich doch gar nicht hin Ja, super, jetzt sind nämlich die Junimos nicht fertig geworden damit Geil Ich könnte, müsste jetzt eigentlich den Tag resetten aber mache ich nicht Ja, super, jetzt sind die Junimos Ach, der Mähd ist sogar direkt fertig geworden. So, Pam wollte doch auch noch ein Bier haben, ne? Nee. Pale Ale, was war das nochmal? Ein helles Bier. Hopfen, achso, okay. Nee, das haben wir nicht. Okay. 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 Knoblauchöl, Zink, Knoblauch und Öl. Also ein Öl. Warte, war Knoblauch im Fröhling? Ja, okay, weil da müssen wir nochmal welches anbauen. Ja, um es war nicht zu können. Okay. Was ist hier, warst du nicht? Das war's für heute. ich sehe immer noch keinen lauch hier Was habe ich verpasst? Du hast nicht wirklich was verpasst. Wie lange soll das Stream vorsichtig noch werden? 10 Minuten? 15? Bis dieser Tag vorbei ist. Hier spawnt einfach kein Lauch. Was soll die Scheiße? Ich hoffe hinter der Quest steckt kein, äh, kein Ding. Es ist kein Rezept oder so. Das fände ich kacke. Hier sind sogar noch ein paar Taroknullen. Gibt es einen Minecart für die Gleise? Ähm, ich fahre mit dem Minecart immer, wenn ich schnell reise. Aber für die in der Mine selber, die man zu stürch findet, gibt es keins. Nein. Du findest halt am Ende eins und da kannst du manchmal Kohle rausnehmen. Und es gibt natürlich noch das Minispiel Junimo Card. So, so, ich nehme noch ein bisschen Reis. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 So, haben wir das. Ja, Junimo, was machst du auch außerhalb deines Geheges? Da hast du nichts verloren. Arbeite gefälligst. Wie sieht's? Ja, 34. Komm, wir haben vielleicht eine Chance. Obsidian. Obsidian. Einfach ein Stein. Kannst du mir bitte Soapstone geben? Basalt. Schade. Unneed. Ist das... Ist das das? Speckstein. Ja, das müsste er sein. Genau. Ach, endlich. Danach müssen wir eigentlich auch keine Geoden mehr sammeln. Jetzt fehlt nur noch ein Star-Drop. Und zwar den, den wir dann von unserem Ehepartner kriegen. Dann haben wir das jetzt auch endlich geschafft. Das Ding ist, dadurch, dass... Ich hab halt da jetzt trotzdem... Ich muss eigentlich den Slot frei halten für Omnigionen, weil das eigentlich zu schade ist und zum Weckschmeißen. Aber sie haben halt jetzt nichts mehr, was für mich relevant wäre. Das Ding ist, das Ding ist, das Ding ist, das Ding ist. Stimmt, ich wollte eigentlich Dünger gekauft haben. Ich bin valley. Sie können auch nicht mehr sagen, was ich mir das so hertzie nicht записet. Keine Dünken? Ich bin Nähe. Ich habe deren тем, ohne Edelke schade 후fläge. Ich kann gerne damit davon een bisschen . Ich will viel länger! So jo, unsere aktuelle Aufgabe. Gute Nacht, Demo. So, mal sehen, wie viele Artefakt-Bots finden wir wohl auf der Insel, hier auf der Seite? Wahrscheinlich Null. Wir kriegen einfach hier nicht die... Die nötigen goldenen Walnüsse raus. Endlich mal ein Spot. Danke. Danke, Spiel, für nichts. Wow, eine Taumoknole noch. Drei, ja, ist auch nicht wirklich viel besser. Aber wir müssten eigentlich noch in der Farm vielleicht noch welche haben, die wir vielleicht durch den Seedmaker jagen können. Danke. Danke. Ich meine, wir hätten nämlich hier auch Taro-Knollen eingelagert. Oder auch nicht. Ja, irgendwo hatten wir doch welche. Also. Ich meine, wir hätten hier noch ein paar Sachen. Ich habe hier noch eine Frage. Ich habe hier noch eine Frage. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir haben schon wieder acht prismatische Splitter und nicht wirklich eine Ahnung, was wir damit tun sollen. So, pass auf. Wir sollten aber noch verschickte Gegenstände. Hatten wir nicht hier eingelegtes Gemüse. Wenn wir Ingwer einlegen. Weil wir das Zeug tragen wir eh rum. Bringt aber nichts in, wenn das Einmachgefäß noch belegt ist. Hopfen. War das Beiß? Hopfen? Okay, Hopfen und einmal helles Bier. Straußenei, Grünkohl. Grüne Bohnen müssten wir ja eigentlich hier drin haben. Bananen. Müssten wir nicht dann Polykultur so langsam mal auch erreicht haben. Blumenkohl. Haben wir auch schon geerntet. So, Kartoffelpuffer. Okay, ich hätte gar keine Kartoffeln mehr kaufen müssen, ne? Das war echt total unnötig, was ich gemacht hab. So, wenn ich jetzt noch die Kartoffelpuffer mache. Ähm, ja. Wo immer die sind. Ähm, ja. Wo immer die sind. Gratende Pilze. Morsche, gewöhnlicher Pilz und Öl. Müssten wir eigentlich nochmal gerade in den Wald gehen. Wo ist denn hier der Kartoffelpuffer? Hä? Müssten wir ja. Da. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, geht das jetzt mit der Pilzsuppe? Ja, wo laufen sie denn? Ja, wo laufen sie denn? Gebratene Pilze, da. So, dann war's. Das ist aber auch für den heutigen Stream. Ich bin mal gespannt, wie viele wir noch benötigen werden. Wir fangen jetzt langsam wirklich an, dass wir in diesen Punkt kommen, den ich leider nicht so gefreut habe, dass wir jetzt halt noch diese ganzen Checklisten hier durchgehen müssen. Aber hey, wir haben zwei Star Drops. Uns fehlt nur noch einer. Ich glaube, das mit dem Kochen und hier mit dem Gegenständen kriegen wir auch noch hin. Und ja, ich danke fürs dabei sein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.